Moin Moin zusammen, hier ist der Trill mit einem etwas anderen Video. Ich bin sehr aufgeregt, ich habe einen Gast neben mir, der nicht gezeigt werden will. Möchtest du dich mal kurz vorstellen? Hallo? Hallo! Und zwar hatte ich eine kleine Idee und zwar machen wir hin und wieder mal ein Let's Overwatch together mit Team SchweineAim. Und ich dachte mir, das wäre eigentlich eine ganz witzige Idee, mal meine Freundin Vera ein Overwatch machen zu lassen. Die hat noch nie ein Overwatch gemacht, hat keine Ahnung von Hacks. Weißt du, was ein Trigger-Bot ist? Ne, aber ein Spin-Bot. Ja, Spin-Bot, ja gut. So, und ich dachte mir, das wäre ganz witzig, mal jemanden einen Overwatch-Case mit mir machen zu lassen, der keine Ahnung hat. Nur um mal herauszufinden, ob Vera das erkennen würde, ob die Person hier anhat oder nicht. Kurz vorweg, ich habe den Case schon gesehen, ich habe mir 20 Cases angeguckt, um eben einen guten für euch jetzt in der Aufnahme zu haben. Also ich weiß schon, ob derjenige anhat oder nicht. Ja, weil sonst mache ich jetzt einen Case und der hat direkt einen Spin-Bot und das ist ja langweilig für YouTube. Wir gehen rein und der dreht direkt und du kannst sagen, der hat an oder nicht. So, also seid bitte nicht zu grob mit der lieben Vera, wenn die das jetzt hier verkacken sollte. Weil wie gesagt, Vera hat keine Ahnung von Hacks, Vera hat noch nie eine Demo angeguckt mit X-Ray oder so. Und wir werden mal gucken, ob Vera hier The Suspect entlarven kann oder herausfindet, ob der gute Mann hier clean ist oder nicht. Ich sage dir vorab mal ein paar kleine Sachen, auf die ich mache. Woran ich eigentlich in den allermeisten Fällen schon erkenne, ob einer anhat oder nicht, ist das Movement. Ja, aber ich habe auch scheiß Movement. Eben, das ist eben das Problem auch. Vera hat kein Movement, so wie soll sie erkennen, ob einer anhat wegen dem Movement oder nicht. Wenn einer moved wie ein Bot, aber 30 Fracks hat oder die Headshot-Percentage schon auf 80% steht, dann weiß ich schon meistens, okay, der ist fishy. Ja, aber das wundern sich die Leute auch immer bei mir. Ich habe scheiß Movement, aber macht trotzdem 30 Fracks. Okay, okay, ja. Ja, du siehst gleich unten eine Leiste, da stehen schon die Kills drin und so. Ich lese dir das dann gleich vor, ja? Wenn er zum Beispiel, wenn der schon startet mit 20 1,8 Stats und hat 100% Headshot-Rate bei 20 Kills, ist schon so ein bisschen komisch, ne? Dann wirst du gleich sehen, wir spielen mit X-Ray oder die Demo läuft mit X-Ray, das heißt, du siehst die Gegner durch die Wände. Dadurch darfst du dich aber nicht irritieren lassen, weil manchmal aimt man halt schon durch eine Wand durch, um dann den perfekten Winkel zu haben, um auf den Gegner zu aimt. Zum Beispiel erlangen, wenn du da rauskommst, so. So, dann musst du gucken, wie die Kills fallen. Drückt er nur Headshots, drückt er ab und der Kill oder der Schuss geht woanders hin, als er geaimt hat und so. Wir starten jetzt einfach mal rein, okay? Ja. Vera ist sehr, sehr aufregend, wir gucken mal. Ihr könnt ja jetzt mal, wir machen jetzt mal eine Umfrage vorab oben auf YouTube, wir können jetzt abstimmen, rafft Vera den Case oder nicht? Und nochmal, wie gesagt, Vera hat keine Ahnung von Hacks, Vera weiß nur, was ein Spin-Bot ist. Wir müssen nachher abstimmen, ob derjenigen einen Aim-Hack hat, einen Wall-Hack oder andere Sachen wie Bunny-Hop-Script und so, oder ob der gegrieft hat. Also die vier Sachen müssen wir nachher bewähren. Okay? So, bist du bereit? Vera, wenn du nixst, hört das keiner. Du musst reden, die Leute sehen dich nicht. Okay, so, 3, 2, 1, los. So, Overwatch muss natürlich erstmal die Demo runterladen. Habe ich schon gemacht, deswegen reviewen wir rein. So, jetzt muss ich gleich gucken, unten ist eine Leiste. Da stehen die Kills, Headshot-Percentage. Ja, das ist das Holiday-Update, Vera. Mit den Hühnchen? Ja. So, du siehst, jetzt der hat 308-Stats, 100% Headshot-Rate. Bei drei Kills, drei Headshots. Finde ich aber nicht so shady. Nee, es steht 6-2, siehst du, overall? Ja. So, jetzt konzentriert drauf, du kannst nebenbei so ein bisschen kommentieren, wenn du was komisch findest, oder generell, was du so denkst. Worauf achtest du jetzt gerade? Ja, der Winkel finde ich ein bisschen komisch, aber das ist halt... Was, Mitte-Door halt? Ja, so komisch über den Körb. Hä, der ist doch voll nicht gut. Aber dieses Verzögerte ist das vom... Also die Demo ist langsamer als eine echte Demo, also Kills sehen manchmal ein bisschen komisch aus. Aber der hat den Mitte-Door getroffen gerade. Ja. So, jetzt geht der lang vor. Die Mates sind schon vorne. Mhm. Oh, das ist... Was sagst du generell zu dem Movement und so erstmal? Ja, ein bisschen low. Aber ich kann das eigentlich nicht gut abschätzen, weil ich halt selber schlecht bin. Und zum Crosshair Placement und so? Ja, das ist komisch. Ja, weil das vorhin fand ich schon komisch, als er noch bei Lange weiter hinter war, dass er durch die Smoke halt gamed, weil ich hab da jetzt nichts gesehen. Das ist halt schon ein bisschen komisch, ne? Der Flamingo? Ah, nee. Das ist der Flamingo, das ist der Suspect. Okay, also die meisten Leute, die jetzt so gucken, die werden schon ein paar Sachen aufgefallen sein. Ja, mir auch. Ja, aber was fällt dir denn auf? Was fandst du bis jetzt komisch? Ja, das Crosshair Placement auf Lange. Fandst du nicht so gut? Ja, komisch halt. Durch die Smoke da und nachher durch die Wand da, weil da wird doch kein Mensch auch kein Global abheben, oder? Der ebt niemand ab, weil der mitten auf eine Wand aimt. Ja, der ebt. Soll er der aus der Wand krabbeln, der Gegner raus. Ich weiß nicht. Okay, wir stellen schon mal fest, der ist auf jeden Fall ziemlich low erstmal. Oder? Ja, guck mir das auch an. Wieso zielt der zuerst in den Himmel und jetzt... Oh, da hat er einen gesehen. Ja. Ja, das finde ich jetzt nicht so shady. Und den kann man halt machen. Aber so ein Crosshair Placement ist doch ultra scheiße, oder meine ich das nur? Ich meine, vielleicht sieht das bei mir auch so aus, aber... Ja, okay, das war komisch. Warum? Ja, weil es ein Headshot war und der lief relativ schnell vorne ran. Also ich glaube... Ich meine, niemand ebt eigentlich mit der AWP auf Headshot. Ja, und jetzt nochmal ein Headshot mit AWP. Ich meine, das ist ja... Wie oft machst du einen Headshot mit AWP? Na, jeden zehnten oder so vielleicht. Ja, eben. Und der hat jetzt drei hintereinander mit Headshot. Ja. Schon ein bisschen shady, der Suspect, ne? Das ist aber nicht das, wo ich gerade die meisten Schmerzen habe, wenn ich dem zugucke. Okay, okay. Ja, das Movement ist halt auch scheiße. Ja, teilweise auch das Placement. Das hast du ja selber schon gesagt. Das geht noch. Aber sag mir mal die nächste Szene. Ich würde schon jetzt teilweise schreien. Ja, da offen zu... Also ist das nicht dumm, offen zu stehen da? Ne. Der hat schon ein paar Szenen gebracht, wo ich geschrien hätte vor Schmerzen, was der abaimt. Sag mir mal die nächste Szene, wo ich geschrien hätte vor Schmerzen, okay? Du schreist aber bei jeder Szene. Ich spiele halt in die AWP. Ich weiß nicht, ob das normal ist zum Abaimen. Ich aime da immer ab. Wenn einer mit der Kurs ist, will. Ja, okay, dann ist das ja normal. Da holst du ja die Info her, ob Leute B gehen oder nicht. Okay. So, jetzt hat der Mädchen wahrscheinlich angeschrien. Gib mal die Bombe ab. Ja, aber der switcht noch nie auf Knife oder so, ne? Ja, das... Das ist halt komplett... Genau, da hätte ich geschrien. Warum nimmt man da die Metallbox an der Wand ab? Ja, aber es ist doch jetzt schon klar, dass der wahrscheinlich cheatet, nicht? Also du musst nachher bei der Abstimmung sagen, ob du dir 100%ig sicher sein kannst, ob der anhat oder nicht. Was dir bisher aufgefallen? Der hat dreimal einen Headshot hintereinander mit der AWP. Ne, fünfmal. Der hat jetzt zweimal, glaube ich, in der Mitte und da auf... Also auf dem Spot war auch. Bei K, meine ich, hat der ja dreimal Headshot gedrückt. Ja. Aber wird dir das reichen, um zu sagen, der hat 100%ig an? Ja, niemand, nicht mal irgendwie... Keine Ahnung. Wer ist der krasseste AWP-Spieler? Ich. Kenny S. Weiß ich nicht. Deshalb... Ich glaube, nicht mal der macht das. Also drei Headshots hintereinander hat da bestimmt schon mal einer gedrückt, so. Aber das Ding ist halt immer auch, du musst überlegen, passt das, was der drückt, mit dem Moveman und einem anderen zusammen? Nein, passt das nicht. So, aber wir haben ja noch ein paar Runden. Wir haben ja erst die Hälfte geguckt. Vielleicht passieren ja noch Sachen. Ja, vielleicht. So, was fällt dir da? Aber hier auch schon wieder finde ich es komisch, dass du aufs Bot gehst und nicht predictest, dass irgendjemand noch aufs Bot steht oder so. Ich hatte jetzt viel mehr. Nee. Genau. Ich hatte viel mehr. Das sind so Sachen. Der geht mit Full Focus K rum. Ja, das ist zum Beispiel auch kompletter Cush. Ja, er drückt auch noch Headshots. Was ist, wenn irgendwo einer auf dem Spot steht? Überall kann einer auf dem Spot stehen und der geht gehockt, cutters aus, mit Full Focus auf K. Ja, das würde ich halt nur verstehen, wenn schon zwei Leute da so aufs Bot sind, das gecleared haben. Ja, oder der am K gecallt ist oder so. Ja, aber... Wenn einer in der Mitte guckt und sie sagen, einer nur B und er hört den K steppen oder so. Ja, aber K nimmt man doch eher mit Rifle ein als mit einer AWP. Nicht? Ja, eben. Dann macht das sowieso keinen Sinn. So, mittlerweile steht der 14.1.9. Hat 78% Headshotrate. Davon einige mit der AWP. Alle mit der? Der hat noch nie was anderes gespielt. Ja, aber die Demos, die Runden davor haben wir ja nicht gesehen. Ja, okay. So, jetzt kommentiere du mal, was siehst du, was macht der? Ja, geht runter. Ja, das finde ich halt auch, was ist das, wieso kriegt der nicht das Short einer? Das Short wird nicht gedeckt von niemandem. Ja, aber das ist halt gut, dass ein bisschen unwahrscheinlich, dass einer jetzt kurz kommt. Ja, das, ich weiß nicht, ob das Demo-Lag ist, das sieht auch wieder komisch aus für mich. Das, also in der Demo, in so einer Overwatch-Demo sieht es immer alles ein bisschen vorgeschossen aus, aber der war halt schon sehr hart vorgeschossen. Ja. So, den wird er wahrscheinlich gehört haben. So, jetzt mal gucken. Hat der Maid eingenommen. Ja. So, aber er switcht halt auch wirklich nie, um irgendwo herzulaufen, auf Knife oder so. Ja, hier auf Knife, ja. Also, hätte ich die Demo mit Felix, also normal mit dem Schweinein gemacht, wir hätten uns schon bepisst vorlachen. Weil der Move wirklich wie ein Bot. Ich habe die ersten drei Runden gedacht, der Move wie ein Bot. Ja. Tut er auch. Aber drückt halt wie der heilige Jesus. Wer spielt in 2020 den Revolver? Hat der Revolver drin gehabt? Ja. Seine Pistole von Revolver. Ja, das finde ich jetzt sehr normal, aber... Dass er den trifft? Ja, wenn du da unten abwämst, ich weiß noch nicht, das Spiel hat nie Awe. Aber ich denke immer, das ist jetzt nicht so krass, wenn der reinsteppt. Das sind halt die Mega-Reaction-Shots da. Der ist ja durchgerannt, also der wäre schon extrem schwer zu treffen. Mit schlechtem Movement. Kenny, der mit Füßen spielt. Ja, da auch wieder. Da würde ich doch mit der AWP nicht so weit vorpushen, weil sie haben noch eine Minute zehn. Und sie haben zwei Reifler, aber wieso lässt er die nicht vor? Das verstehe ich nicht. Ja, ich muss ständig auch vorgehen. Ja, du, 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 du. Du, du spielst auch wie der letzte Idiot manchmal. Dada kassiert mal, von Robin. Ja, da war wohl der Bot nicht so schnell. Oder denkst du, der trifft noch selber ab? Aber es geht einem Primkopf. Nicht, oder? Ja, was meinst du denn? Ich glaube ja, dass der, dass das automatisch abdrückt für den. Ja, ich würde auch sagen, der hat auf jeden Fall einen Trigger-Bot. Das ist das nämlich, ein Trigger-Bot. Dass du selbst den Trigger quasi nicht drückst, sondern der Bot das macht. Sobald der Gegner in dein Crosshair läuft, drückt das Ding ab. Weil jemand, der so ein Movement hat, der hat nicht die Reflexe, das abzuschießen. Außer der hat halt einen Warleg. Wenn einer mit Warleg spielst und du siehst den Gegner halt schon reinlaufen hinter der Wand, brauchst du halt nicht mehr unbedingt einen Trigger-Bot, weil du halt vorher schon reagieren kannst. Also, weil uns... So, jetzt, achte mal drauf, was er jetzt macht. Was war da komisch? Ja, durch die Wand halt. Weil da kann niemand stehen. Ja, oder jetzt zum Beispiel. Wieso die Boden? Der nimmt auf den scheiß Boden. Aber er meint das ernst, dass er hier die Headshots drückt, komplett, mit aber. Aber auch da... Das ist ungelogen. Ich hab ja jetzt irgendwie 20 Overwatch-Case. Jetzt auch! Wieso switcht der in der Situation auf Smoke oder Knife? Das ist so dumm. Wenn die Teammates am Fighten sind. Das Schlimmste ist halt, wo der teilweise hinnaimt. Der geht in Zoom und aimt einfach geradeaus in eine Wand hinein. Also, als ich den Case aufgenommen habe, ich war so froh, dass ich den gefunden habe. Das war der 18. Case, den ich aufgenommen habe. Das ist clean. Das ist der lowste Spieler, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ja, ist das auch. Ich hab halt schon gegen viele Hacker gespielt und viele Hacker-Demos gesehen. Aber so low, so einen U-low habe ich noch nie gesehen. Der aimt in Wände. Wo links und rechts 10 Meter keiner kommen kann. Der weiß nicht mehr, wie man auf den Knife switcht. So, mal gucken, was er jetzt lang macht mit der Pistole. Siehst du da was bei dem Crosshair? Ja, das ist halt nie auf dem Kopf, aber es triggert auf dem Kopf. Ja, das flickt auf den Kopf. Also, es rastet ein. Ja, da auch. Da war auf der Kniescheibe gefühlt. Ja, aber beim Schuss flickt es hoch. Ja, genau. Ja, aber was ist die Freude von Leuten an dem, wenn die so spielen? Ich weiß es nicht. Der hat kein Neben. Die haben alle kein Neben, diese Opfer. So, jetzt müssen wir sagen, hat der für kleiner Aim-Assistent hat der Aim-Bot gehabt in irgendeiner Form? Ja. In der Aim-Hilfe? Ja. Also drücken wir dem das rein. Evident, Beyond, Reasonable Doubt. Wir sind uns hundertprozentig sicher. Vision-Assistance, Warlock. Weil er hat tausend mal den Boden gegeben. Das würde er ja nicht machen, wenn er nur Trigger-Bot anhält, oder? Ja, oder auch schon pre-geaimt, wo Leute kommen, ja. So, haben wir irgendwie einen Bunny-Hop gesehen oder irgendwas? Ne. Losest Movement ever. Ja, also bei dem Movement ist er überhaupt einmal gesprungen in dem Match. Habe ich auch nicht gesehen. Kompleter Schwachkopf und Griefing. Hat er seine Mates weggedrückt oder so? Ne. Wenigstens das hat er nicht gemacht. Aber dann waren wir derselben Meinung. Du hast zwar nicht hundertprozentig die Sachen gesehen, die ich gesehen habe, wo ich direkt mir ans Herz gefasst habe beim ersten Mal durchbrücken. Ja, ne, aber ich habe nicht so Reactions wie du. Du schreist halt. Ich würde jetzt niemals hier schreien, auch wenn ich es komplett Quatsch bin. Ne, aber zum Beispiel allang, wo du kommentierst, der Schuss ging in den Kopf oder so. Und danach aimt er einfach zehn Sekunden in eine Wand, wo niemals irgendwer kommen kann. Das habe ich aber auch gesagt. Ja. Ich habe dann gesagt, wer aimt dahin, habe ich gesagt. Ja. Ja. Aber bist du zum richtigen Ergebnis gekommen? Ja. Selber wie ich. Und hätte ich auch geschafft ohne dich. Ich muss natürlich auch sagen, dass das jetzt nicht der schwerste Case aller Zeiten war, ne? Ja, das stimmt. Also, das hätte ich Stevie Wonder zeigen können, der hätte wahrscheinlich dasselbe Ergebnis reingedrückt. Ja. Aber herzlichen Glückwunsch, erster Overwatch-Case jemals gemacht. Richtig zum richtigen Ergebnis gekommen. Bist du stolz auf dich? Ja. Möchtest du mehr Overwatch-Cases machen? Ja. Ich kann ja mal gucken, auch ihr könnt gerne mal auf YouTube callen, wollt ihr mehr Cases haben? Das war jetzt natürlich jetzt ein erster Try und zum Gucken, wie es funktioniert. Und ob euch das überhaupt anbockt. Ähm, die erfahrenen Leute, die werden natürlich schon auch nach ein, zwei Runden gesehen haben, dass er halt, ja, dass das halt niemals funktioniert, so ein Low-Movement mit dem Crosshair-Placement, aber dann only Headshots. Aber, äh, ich kann ja versuchen, dass die Cases von Mal zu Mal ein bisschen schwerer werden. Und dann hier und da vielleicht auch mal ein paar Cleaner einstreuen, die vielleicht einfach nur krass drücken, um dann zu sehen, ob du das auch sehen würdest. Aber das finde ich, glaube ich, schwieriger. Ja, eben, weil die Schwierigkeit ist auch, äh, wenn du noch nie eine Demo gesehen hast mit X-Ray und du siehst, da kommt halt einer angelaufen und der läuft dann ab, wenn der um die Kante piekt. Ich weiß aber eigentlich, ein normaler Spot ist zum Up-Aim, dass du dann sagst, ah, der hat den kommen sehen, der hat den an. Ja, das finde ich, glaube ich, schwierig. Ja, aber das können wir ja mal, wir können ja mal gucken. Vielleicht wirst du dann auch ein gutes Teil der Community, bannst auch, rennen und wieder ein paar Leute raus durch Overwatch-Cases. Aber, ja, danke fürs Zusehen. Kaut mal gerne eure Meinung rein. Wir haben keine Ahnung, ob das jetzt für euch entertaining war oder nicht. Äh, für die Leute, die fragen, werden wahrscheinlich schon Leute gefragt haben, warum zeigt sich Vera nicht in der Cam? Vera möchte das nicht und das wird auch in den kommenden Cases garantiert nicht so sein. Ja, ich hab hier noch, äh, sonst die Matze-Ginter-Maske, wenn du dich mit der Maskemaler daneben sitzen willst. Na gut. Äh, das wird nicht passieren, aber kommt mal gerne eure Meinung rein. Wollt ihr mehr Overwatch-Cases sehen, zusammen mit Vera oder wieder Classic mit dem Schweine eben oder vielleicht auch ein Mix? Danke fürs Zusehen. Äh, ich hoffe, es war entertaining. Tschö. Und wir sehen uns auf Twitch oder im nächsten Video. Later. Das ist überhaupt nicht unterhaltsam. Ich schrei halt nicht so rein, wie Felix. Ja, aber wir sind auf der Plattform YouTube und Twitch. Ja. Da ist einfach auch mal, keine Ahnung haben und Dummheit unterhaltsam. Ja, aber ich bin doch nicht dumm. Das war jetzt nicht so dumm. Ich muss ehrlich sagen, ich hab das da, als er schon lang bei lang raus war, hab ich das schon gerealisiert. Da hab ich ja auch gesagt, ich würd's niemals so, obwohl ich nie AWP spiele, niemals da so rausgehen. Und dann hat er nur eine Stelle abgehend, obwohl der Spot noch nicht mal eingenommen war oder nicht mal die Hälfte eingenommen hat. Das sind aber halt manchmal auch Alpha-Low-Spieler, die das halt machen, weil sie es nicht besser wissen. Ja, aber dann machen die nicht 25 Fracks. Richtig. Ja, siehste, ich hab's gesagt. Check. Ja, siehste, ich hab's gesagt.